Wir als Stadtverwaltung arbeiten für alle Schorndorfer jeden Tag. Unsere Aufgabenfelder sind dabei so vielfältig und bunt wie das Leben in Schorndorf selbst. Das Rathaus auf dem Marktplatz als Mittelpunkt unserer Stadtverwaltung über unsere Außenstellen bis hin zu Bibliothek oder Kindertagesstätte – hier arbeiten wir für Sie. Ob Sozial- und Erziehungsdienst, technische Berufe oder Verwaltung im klassischen Sinne. Bei uns vereinen sich die unterschiedlichsten Berufsbilder zu einem Ganzen. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir viel mehr als sichere Arbeitsplätze und leistungsgerechte Bezahlung. Mit über 50 verschiedenen Arbeitszeitmodellen, enormen Entwicklungschancen sowie sozialer Verantwortung in Bezug auf Ausbildung und Gesundheitsförderung sind wir zweitgrößte Arbeitgeber in Schorndorf. Unsere soziale Verantwortung als Arbeitgeber verlieren wir nie aus dem Blick. Jährlich bieten wir 17 neuen Auszubildenden eine berufliche Perspektive. Für die Bürger bieten wir einen optimalen Service. So sind wir Anlaufpunkt für alle Infos rund um die Stadt Schorndorf. Hier wird geheiratet, in schönem Ambiente, hier tagt der Stadtrat und auch der Oberbürgermeister hat hier seine Arbeitsstelle. Von hier aus verwalten und koordinieren wir die Aufgaben der Stadt zentral. Stadt Schorndorf, wir arbeiten für alle Schorndorfer Köpfe. Stadt Schorndorf, wir arbeiten für alle Schorndorf, wir arbeiten für alle Schorndorf, wir arbeiten für alle Schorndorfer Köpfe. Untertitelung des ZDF, 2020